Wir demokratisieren den Zugang zu physischem Gold. Das bedeutet, wir wollen die Verfügbarkeit nach Möglichkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche für jeden herstellen. Ab sofort sind wir beim HUGUS am Promenadeplatz mit unserem Goldautomaten präsent und verfügbar für die Öffentlichkeit in München. In den nächsten Wochen werden wir mehrere Standorte in München erschließen, die mit Hochfrequenz ausgestattet sind, wie zum Beispiel Einkaufscenter oder andere hochfrequentierte Standorte. Der Vorteil vom Goldkauf am Automaten ist eindeutig die unmittelbare Verfügbarkeit. Jeder kann an den Automaten gehen, auf einfache und unkomplizierte Art und Weise sofort Gold beziehen und das bar oder per EC-Karte erwerben. Nachdem im Moment die größte Stückelung von uns von einer Unze noch unter 2000 Euro liegt, ist der Einzelkauf im Regelfall nicht anmeldepflichtig. Das Gold ist in der Praxis unglaublich variabel einsetzbar, weil ich es wie normales Bargeld mit mir führen kann und zu Banköffnungszeiten jederzeit in einer Bankfiliale wieder in Landeswährung, egal in welchem Land, umtauschen kann. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Alternativwährungen zu haben, die nicht unmittelbar mit den Landeswährungen im Zusammenhang sind. Wir demokratisieren den Zugang zu physischem Gold. Und jetzt Vielen Dank.